Nein, das war meiner, das war meiner, ich stand hinterhin. Mit dem Messer? Ja, das war meiner. Der war so gut, ey. Da komm ich, da steh ich grad runter, ich hab ihn doch schon gesehen, halt. Und dann... So, meine lieben Freunde, jetzt wieder Cobra von Games4Gamer. Der Mosch ist auch dabei, genauso wie der Andes, meine, wir spielen wieder Waffenspiel auf Mirage. So. Genau, und ich will natürlich hier auch wieder Erster werden jetzt. Ne, 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 diesmal hinter meine Kiste. Ah ja, hast du gesehen. Komm, wir treffen uns in der Mitte der Map und dann können wir erstmal ausdiskutieren hier. Das diskutieren wir dann mit dem Revolver aus. Oh, ne, das Ding hasse ich. Den Ding diskutiere ich überhaupt nicht. So, der Erste. Lade nach. Boah, getroffen. Leider, wir sind zu spät, aber getroffen. Bam, der Zweite. Oh, jetzt der Revolver. Oh, meine Königdisziplin. Ha! Mit dem ersten Schuss. Bam, Alter. Ja, ich muss erstmal Gegner finden, das ist das Problem. Ha, noch einen. Wenn man hier keinen findet, kann man auch keine Kills machen. Ha, noch einen. Ja, jetzt ist mal gut. Ich finde keine Gegner. Ha, noch einen. Die kümmern sich alle bei mir, die wollen sich alle mit mir duellieren. Ich habe hier schon sechs vor mir rumliegen. Nein, ganz ehrlich. Ich brauche keinen hier. Ich brauche einen, ich muss weiter. Ha, im Flug, Alter. Im Flug, du kleiner Sack. So, der stand da ein bisschen doof rum. Jetzt habe ich den Revolver. Ja, und ich habe dich, Alter. Nein, ganz ehrlich. Der Mosch führt hier 8 zu 0. Was ist denn das hier? Oh, was ist das? Jetzt geht da mal richtig auf hier. Die Blüte seines Lebens. Seine Form meines Lebens bei Waffenspielen. Sein Nächsten. Nein, Mann. Oh, Alter. Hätte ich mal nachts gemacht. Oh, komm her. Na, noch einen. Oh, Alter. Jetzt ist hier Schmutzkatz am Sack, Alter. Der Mosch geht voll ab. Amoklauf pur. Der Revolver ist Conor beim Sack gar nichts, Alter. Bleib stehen jetzt hier. Ah, noch einen. Ah, jetzt hat er mich 13 zu 1, Alter. Ah, beim Lagen geht es gut hier los, Alter. Weiter, 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 weiter. Zack, zack, zack. Ich pahre die, Alter, hier, da. Zack, zack, Alter. Jetzt machen wir jetzt kurz den Prozess. Ja. Nein, Mann. Oh, Mosch, jetzt übertreib mal nicht hier. Lass mich. Next. Knall die ihn ab. Nein, eine Waffe zurück. Ficker. Ja, sehr gut. Da sind wir gut. Zack, und den anderen zwei hier. Und nichts los ist, Alter. Ich muss weiter machen. Das gibt's nicht, Alter. Kommt schon, ich bin so gut in Führung. Jetzt lassen wir das wieder nicht hinnehmen, Alter. Das lässt er sich nehmen. Nix da. Nein, was soll das mit einem Schuss? Ich drehe mich durch, meine Freunde. Ja, Mann. Die Map ist eindeutig zu groß für den Laden. Ja, Mann. So. Egal. Komm schon, Alter. Ich bin so gut wie durch hier. Nix durch. Zack. Den Mosch erwischt. Hättest du mir nicht noch einen Schuss abgeben lassen können? Nein, 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 nein. So machen wir das nicht. Alter, jetzt kommen wir mal keinen Scheiß hier. Ich bin lieber ehrgeizig. Nein. Das ist doppelt so viele Kills wie ich gerade. No. Das gibt's nicht. Warum habe ich jetzt auch noch so einen Hänger, Alter? Boah. Nein, das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Der Mosch, der geht hier noch richtig baden. Mosch geht in die Badewande. Was ist hier noch? Lass mich. Alter, was war das denn? Mosch geht in die Badewande. Wenn ich das hier verkackele, beiß ich meinen Xbox-Kontroll, Alter. Ja, es gibt's nicht. Zack. Endlich, Alter. Nein. Komm schon, Alter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gib ihn. Nein. Da konnte er wieder überhaupt nicht zielen, ey. Boah, da krieg ich schon Raketenwerfer hier. Das war ich. Bleib stehen, du Jude. Nix. Komm da her. Nein. Oh, Mosch, ich habe dich eingeholt. Alter. Es geht los. Jetzt sauen mir nicht meine Laune, Alter. Cobra ist wieder da. Hey. Zack. Gleichstand, Alter. Das gibt's nicht. Uh. Nein. Tata. Komm schon, irgendeiner hat mir noch zu helfen, wenn wir die Flinte laufen. Oh, jawoll. Und jetzt kommt das Messer, Baby. Wollte ich nicht zu früh, ich bin auch noch da. Nein, ich wollte ihn messern. Ja, nein. Das war meiner. Das war meiner. Ich steil hinterhin. Mit dem Messer? Ja, das war meiner. Der war so gut, ey. Da komm ich, da steh ich gerade drunter. Ich hab ihn doch schon gesehen, Alter. Und dann. Du bist noch. Oh, ich krieg zu viel. Das war das Duell zwischen Mosh und Cobra. Nein.